Ich weiß nicht, was wir jetzt irgendwie spielen. Five Nights on A oder The Toilet. Oh Gott, das ist win. Komm ich hier wieder raus? Press Base to continue. Okay. Five Nights on a Toilet. Anscheinend Nummer 2. Es gab es anscheinend auch. Den ersten Teil. Oh. Wat? Was? Ha. Was ist das? Ich ha... Ich... Da komm ich nicht damit klar. Da komm ich nicht damit klar. Okay. Da hab ich jetzt... Welches Klo wahrscheinlich... Oh, Hachika. Stellt ihr mich dann auf dem Klo oder was? Kann ich? Ich hab keine Ahnung. Nummer 1. Ich bin Nummer 1. Blätter? Okay. Null. Äh. Hä? Was? Ich hätte mir vielleicht durchlesen sollen, was ich tun soll. Bonny schaut auf sein Handy oder was? Kann er ja machen, der Kollege. Oh, ist er weg? Ne, der ist noch da. Mal kurz mal hier rein. Mal kurz mal hier rein. Nummer 3. Muss mich da so verstecken oder was? I don't get it. Wieso geht das jetzt hoch, obwohl ich nicht in Nummer 3 bin? Wieso geht das hoch? I don't get it. Oh, da ist Freddy. Okay. Bonny sucht das gleiche stilles Hörtchen. Äh. Ich glaub, die Witze dazu wären jetzt, glaub ich, viel zu einfach. Äh. Ja, ich, ja, ich kann mich, ich kann meine Blase entleeren. Okay, das ist. Wow, Stör Barney, nie auf dem Klo. Äh. Ach so, jetzt versteh ich's. Ich muss ihn dann rauslocken. Was ist das für ein Spiel? I don't get it. Hold left click on the door to hold the door shut. Also so. Halt ich die Tür zu. Aha. Okay, also ich muss noch warten, bis Bonny mal aufs Klo geht. Das ist schön zu wissen. Geht schick auch mal. Ach, deswegen hat Bonny die ganze Zeit, äh. Das Handy in der Hand. Und wenn das auch ist, dann schmeißt das Handy. Nach mir. Ich hab aber... Ich hab doch keine Ahnung, warum ich hier die ganze Zeit auch in die Vans schauen soll. Können wir's dann erklären? Alter! Nein! 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 Alter! Wie schnell war Chica denn? Ja, ich hab... Fußschritte schon gehört. Alter! Und wenn euch das Video gefallen, gern meinen Kanal abonnieren. Okay, jetzt haben wir das raus. Wie das geht. Wo ist Bonny? Wo ist... Wo ist er? Wo ist er? Das wäre ein Klo. Ich sollte dann hier nicht stehen. Das wäre nicht so geil. Und wo ist er? Hallo? Huhu. Huhu. Hallo? Ich geh mal in Number One. Weil ich bin Number One. Also Chica taucht... Manchmal random auf. Aha. Ach, dann beschleunige ich das Ganze nur. Aha. Gut. Gut zu wissen. Ah, da ist er. Hoi. Hallo. Huhu. Komische Typie. Ganz, ganz komische Typie. Stench. Der ist in irgendeinem Klo. Geh raus. Ist er raus? Ich pass es nicht. Soll ich mich mal raus trauen? Ah. Er ist fertig. Er ist fertig. Das Klagsystem... Ich verstehe das gerade nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ne, ich verstehe es wirklich nicht. Ne. Hey, ich habe nur Ahnung. Wie das Ganze gehen soll. Aber ich weiß, wie das geht. Letter Release. Das weiß ich, wie es geht. Okay, ich bin gerade installed. Zwei. Schauen wir, wo er ist. Also, müsste ich sozusagen das Klo wechseln. Nur ich kapiere es immer noch nicht. Chica greift auch irgendwie, ich glaube, random an. Also, wirklich random. Also, das war vorher... Aus dem Nichts war sie da. Also, wirklich aus dem Nichts war sie da. Wo ist er überhaupt schon wieder? Ach, da ist er. Bis am Handy. Handy, das Handy. Alles klar. Passt schon. Und hier? Also, eigentlich ist es das stille Örtchen. Aber irgendwie ist es nicht mehr so still. Ich gehe nicht mehr raus. Ne. Sie taucht gleich auf vor der Tür. Vor der Number One. Aber sowas von. Oder klettert sie... Ne. Ne. Wo ist sie jetzt? Wo ist sie? Wo ist Chica? Ach, da ist sie. Ja, die geht dann da hin. Und dann zu you. Hallo? Oder muss ich... Bisschen Bladder Release machen? Keine Ahnung, ob die da... Oh. Und schon ist sie schnell unterwegs. Wir müssen uns das schnell anschauen. Bisschen Bladder Release machen. Er hält den Stahl. Alter. Das ist ein stranges Fnaf Game. Ich habe noch nie sowas gespielt. Irgendwie ehrlich. Ich weiß auch nicht. Und wie sie triumphierend auf dem Klo hockt. Die wollte einfach hin. Genau da, wo ich hock. Weißt. Das. Wollte sie. Okay. Damit lass ich es gut sein. Nett gemacht. Irgendwie ganz funny. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. 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 Ich bedanke mich fürs Zuschauen.